also nimmst du bitte deinen kopf wieder rein wie heißt dieses spiel auf dem rommel hier diese erdmännchen mit dem vorschlag haben wir weiter mit dem kopf aber direkt kopflos das ding macht voll schaden an der rückung wenn wir nicht still nach hinten rein sitzen ich habe keinen Schadensack bekommen 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 hat jemand zufälligerweise angefangen zu schütteln ja alles klar komm komm Willi mach mal hinterausgang wo ist die leute die ist hier in dem blauen ich komm rein AS AS kann sein dass noch mehr hier sind alles klar ja ich bin Willi im Torstück form ich bin Willi im Torstück form sorry die habt ihr brauchst du Hilfe das sind drei das sind drei Willi ich gehe mal hinterausgang ich gehe mal hinterausgang rein hast du den Sadego ich gehe rein von da ja ich gehe zu Willi in der Oti ja ich gehe in den Halt ich gehe in den Halt ein habe ich noch nice ich bin hinter dir gleich ein oder zwei Halt du Halt von dir auf linke Seite ich schieße jetzt ich schieße jetzt ich schieße jetzt da wird die Tür auf dem Stift ist ja wirklich ich kann nicht schießen meine Wasserplatte alter hab ihn sorry zu spät gesehen hast du ihn Sadego ja ja ich habe ihn da läuft einer mit über das Elf jetzt ja ich bin das äh so ein Trecho mit Shotgun ne bist du da Skulli? ich lege im Busch ne bist du das der der gerade schießt? natürlich ich bin dort verbergt aber dann naja ich komme gleich wieder raus ich habe einen gemessert gerade ich habe einen gekillt bist du von dir? ich habe einen gekillt ich habe einen gekillt was du das der gerade geschossen hast hast du? ja 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 welche Mauer? ja komm zu dir Decker dann lade ich dich ein ich bin in der Gilly der will rumrücken ich bin gut runter unten würde in den Büschen müsste und noch eine Waffe in der Linie hat der einer von Gilean? ich bin schwarz und ja da bin ich gerade beschwert das bin ich okay bei mir klaus geknackt ach gut ich besser und wenn man schießt auf mich von unterhalb glaube ich audio flight ad wo ist der mit arscher dicker vor dir direkt hinter dem fels läuft ihr gerade den berg hoch ist noch einer gestorben mit t3 hier ist einer mit t3 ausgeblutete ich gebe gerade kill der rückdeckung ich bestelle sofort hier kommt einer rein das war das ich bin dabei schnauzer Vor mir, vor mir, vor mir! Jums, Frau Hilfe! Ich komme gerade wieder zurück. Ich habe ihn, ich habe ihn! Muske habe geholt, die Gange. Hast du noch einen Namen? Achso, ich will ja immer wieder zurück. Noch weiter, noch weiter, noch weiter! Ich empfehle ihn dir. Noch weiter, tot! Braveheart! Nice! Dicker, in den Häusern, die sitzen da außerhalb der Borson. Kommt am Ende Borson, das gibt Geld! Naps! Lass uns mal richtig auf den Rückgang konzentrieren, man. Die sitzen alle in den Büschen. Im Haus drinnen war auch noch jemand. Könnt ihr meinen Namen sehen? Ja, ne? Ja, ne? Ja, ne? Wie ist das? Er ist auch wieder gespawnt hier, er rennt wieder weg. Von mir wieder? Es sind sogar zwei Bänden. Eins ist von mir. Jetzt sind direkt der andere Bände. Ich will lieber dir sein, ja? Und noch weiter. Was? Diese kleine Weihblechscheune. Boah, er hat mir einen Runtap gegeben. Genau da hinter der Flechstumpen. Hier, das Bett, ne? Glödi, du bist bei mir. Nein. Alter, ich krieg gleich das Kotzen. Ich spawne ein Bett an drei Seiten gefressen. Ich muss mal irgendwie in die Kirche kommen. Kirche. 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 Wie kann der mich holen? Wo? Irre, Mann, ey. Wie ist das? Das ist ja richtig dreckig, was jeder macht, Mann. Ja, Mann, mit drei Leuten oder so. Auf jeder Etage, dicker. Jetzt gehen wir auf einer Seite. Jetzt schönes CP ans Haus, dicker. Was natürliche CPns aus, dicker. Willkommen. Ja, das ist ja richtig. Komm, was das magst du TAS? Das ist ja sehr richtig. Wie ist das magst du TAS? Du bist ganz meinstig zu TAS? Das ist ja sehr schön. Das kann man nicht. Wir haben zum nächsten Mal. Komm, was du Tun, ist das? Lebensstift? Komm, was du siehst? Komm, was du das magstern? Komm, was du bist? Und du bist. Im Kirsten verlebt. Komm, was du bist? Vielen Dank.